Der Autor und Übersetzer David hat von dem inzwischen toten Schriftsteller Germund Rhein einen Auftrag erhalten. Er persönlich soll unter strengster Geheimhaltung dessen letztes Romanmanuskript übersetzen. David besucht daraufhin den Star-Autor Henderson und gibt sich ihm gegenüber als Verfasser des Manuskripts aus, der gerne eine Meinung dazu hören würde. Während die beiden Kapitel für Kapitel durchgehen, werden zunehmend die Parallelen zwischen Davids eigenem Leben und der Romanhandlung deutlich. Und seine dunkle Vergangenheit drängt immer mehr an die Oberfläche. Ihre Frau ist vorgestern verschwunden. Es muss einen Grund dafür geben, dass sie auf und davon ist. Wollen Sie damit andeuten, dass ich etwas damit zu tun habe? Intrigo, Tod eines Autors basiert auf einer Geschichte des schwedischen Schriftstellers Håkan Nessa. Die Hauptrolle spielt Benno Führmann. In Berlin haben wir die beiden zum Interview getroffen. Vielleicht kannst du ja erstmal beschreiben, was so deine ersten Gedanken waren, nachdem du das Drehbuch gelesen hattest. Ich finde den Plot einfach ganz toll. Ein junger Autor kommt zu einem älteren Autor an einem entlegenen Stück mediterraner Küste und will jetzt hören, was der Ältere von dem Roman denkt, dem er ihn jetzt Stück für Stück vorliest. Und du fragst dich als Zuschauer, ist es wirklich nett, nur der Roman? Oder was ist die Verbindung zwischen den beiden? Dann tauchst du in die Geschichte ein, also in die erzählte Romanhandlung. Und diese zwei Erzählebenen, zwischen denen der Film immer wieder hin und her schaltet, finde ich als Struktur toll. Und dann finde ich das spannend, was wir über den Menschen erzählen. Das heißt, im Roman wird unser Protagonist von seiner Frau verlassen. Sie erwartet ein Kind von einem anderen und er manipuliert ihr Auto. Weiß aber nicht, hatte sie einen Unfall oder lebt sie noch? Und dieses Schwebende, das auf eine ungelöste Art vor sich hin wabernde, das diffuse, das finde ich unheimlich spannend und fand das beim Lesen des Buches auch schon spannend. Und als Psychogramm, als Geschichte von uns allen, weil unsere Taten halt immer ein Echo in der Welt hinterlassen, weil wir das, was wir sagen, was wir tun, in die Welt bringen. Und es wird dann immer da sein und es macht was mit der Mitwelt. Und insofern hat es auch was Buddhistisches, sei bewusst und jeder Moment ist Lebenszeit und wir alle wissen dann rückblickend, oder wir wissen in dem Moment, der wirklich wichtig war, nicht immer, dass das ein entscheidender Moment war. Du weißt beim letzten Kuss meistens nicht, dass das jetzt der letzte Kuss sein wird. Und davon erzählt unser Film auch. Und das hat mich sehr interessiert. Genau, und die Figur David hat ja auch so ein paar, sag ich mal, dunkle Seiten, die sie dann halt so rauslassen. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen subtiler. Wie war denn das für dich als Schauspieler, eben diese Figur zu spielen? Abgründe sind dankbar für den Schauspieler und ein reines Lichtwesen, wäre ich gerne selber irgendwann, Stichwort Erleuchtung, ist aber dann wahrscheinlich der langweiligste Film, weil ein Film immer Probleme braucht und ein Film Abgründe braucht. Und der Versuch, mit einer Situation fertig zu werden, Lösungsansätze zu finden, ist spannend für den Schauspieler und im Idealfall auch spannend für den Zuschauer. Und David leidet an etwas Getanem und das kann ich nachvollziehen. Also es war jetzt nicht so eine komplexe, ich verstehe den Menschen nicht, ich würde anders handeln als er. Aber ich kenne natürlich, wie wir alle, den Schatten der Vergangenheit, den ich mit mir rumtrage, Handlungen, die ich im Nachhinein annehme als das, was sie waren, die ich aber wesentlich anders gehandhabt hätte. Und im falschen Moment ist diese Handlung außerhalb jeder Proportion lebensentscheidend unter Umständen. Und die Dimension dessen finde ich menschlich natürlich sehr spannend. Genau, und es geht ja auch zum Beispiel, also ohne jetzt auch den Zuschauern zu viel vorwegzunehmen, auch darum, dass halt David eine Sache unbedingt für sich wissen möchte, dass er halt Gewissheit braucht. Wie gehst du denn selber mit Situationen um, wo du halt vielleicht im Unklaren bleibst und keine Gewissheit bekommst? Also wie reagierst du da? Das macht mich, wie uns alle, glaube ich, wahnsinnig. Und dann ist es eine Entscheidung, wie wichtig mir etwas ist. Ob ich es schaffe, abzuhaken, als ist nicht so wichtig. Also sozusagen das große Ganze im Blick zu haben oder ob ich es nicht schaffe. Und was ist wichtig? Wann ist es wichtig? Es stellt sich auch erst oft im Nachhinein her, die Erkenntnis darüber. Aber könnte ich es mir aussuchen, hätte ich natürlich in den meisten Momenten lieber Kontrolle und Klarheit, als ich das, ich in einem diffusen, trüben Wasser fischen wollen würde. Wahrscheinlich wir alle. Meine innere Stimme verlangte, dass ich alles vergesse und in die Stadt zurückkehre. Aber irgendetwas drängte mich dazu, weiterzumachen. Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Für seine Kriminalgeschichten hat Hoka Nessa bereits zahlreiche Preise gewonnen. Er gilt neben Henning Mankel und Stieg Larsson als einer der wichtigsten Krimi-Autoren Schwedens. Du bist ein Spezialist für Thrillers. Was fasziniert dich über diesen Krimi-Autoren? Ich erzähle eine gute Geschichte, in einer guten Weise. Und ich denke, dass die meisten Reiterinnen, ich selbst, zum Beispiel, wenn du eine Geschichte lernst, wirst du dich fragen, was ist passiert? Was ist passiert? Und dann versuchst du das, und dann, nach dem Ende, du findest die Lösung, oder die meisten der Lösung. Und das ist, das ist, das ist eine gute Geschichte, wirklich. Du musst nicht sehr violent oder brutal sein, aber es sollte, es sollte, als du leiter, du musst, in die Charakterien, und was wird passieren. So, softe Thrillers sind wahrscheinlich meine Lieblingsfamilie. Und und du denkst, dass jeder alle dunkle Aspekte in seine Persönlichkeit Ja, zumindest können wir in die Körnungen die wir normalerweise nicht machen würden. Ich denke, dass wir unsere Gehirn sagen, dass sie die gleichen Gehirn als wir 50.000 Jahre hatten, Reptilebrains. Und sie sind die gleiche, die Instinkte. Take Revenge. Wenn jemand du schützt, dann geht es zurück. Und dann haben wir diese dünne Zivilisation, aber diese dünne Zivilisation kann sehr schnell schrauben. Und dann diese dunkle Aspekte von uns selbst, die können schnell rauskommen. Und war es etwas, das dich inspirierte oder gab es die Idee, das zu schreiben? Ja, tatsächlich in diesem Fall war es. Denn in dem Film, nicht in den Beginn, aber in den Beginn der meiner Geschichte, da ist ein Mann, der hat zwei glasses von Wein, und er ist auf seinem Sofa, und dann hört jemand in der audience, weil es ein live ist. von jemand klingelt in der audience, und er denkt, es ist seine Frau. Das Problem ist, er denkt, dass seine Frau drei Jahre jahrelang Das war das Beginn meiner Geschichte. was zog sie an? Ein husten im Radio. Ja, genau so war es. Ich versuchte mir einzureden, dass das Husten von jedem aus dem Publikum hätte sein können, was mir auch beinahe gelang. Dann bekam ich ein Angebot, oder, sollte ich sagen, eine Gelegenheit. Ich übersende Ihnen mein neuestes Manuskript zur Übersetzung und Veröffentlichung. Ich untersage Ihnen, meinen Verleger in Mardamm oder irgendjemand anders in dieser Angelegenheit zu kontaktieren. Das ist die einzige Kopie. Unterzeichnet Germund Rhein. Natürlich musste ich an meinem Verstand zweifeln, aber ich bekam den Gedanken nicht aus dem Kopf, dass ich es irgendwie geschafft hatte, spurlos aus Graus zu verschwinden und ein neues Leben anzufangen. Ich spürte, dass ich keine Wahl hatte. Ich musste es herausfinden. Und was liefst du den Film am meisten? Es ist ein clean Film. Es ist Storytelling. Es ist nicht sehr modern. Ich meine, es ist in der Weise, wie Hitchcock gemacht hat. Es ist sehr clean. Es ist immer noch Zeit, David. Zeit. Es ist eine Zeit. Die Zeit. Die Die